Offenbar hatte der Fahrer eines Sattelzugs vergessen, die Handbremse seines Fahrzeugs anzuziehen, bevor er im Bitburger Südring gegen 16 Uhr in einer Imbissbude etwas essen ging. Der Lastwagen, der mit vier koreanischen Fahrzeugen beladen war, rollte ohne Fahrer gegen das Gebäude des Honda-Händlers rinnen. Einige der Autos, die vor dem Autohaus standen, wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Zwei wurden total demoliert, einige weitere bekamen auch etwas ab. Auch das Gebäude blieb von dem Zusammenstoß mit dem Sattelzug nicht unverschont. Autohausgeschäftsführer Werner Rinnen schätzt den Sachschaden auf mehr als 50.000 Euro. Genaueres lässt sich aber erst sagen, wenn der Schaden gründlich betrachtet und begutachtet wurde. Erleichtert zeigte sich Rinnen, dass bei der Karambolage niemand verletzt wurde.